Stefan Meross und Eva Luginger haben große Pläne. Sie wünschen sich einen eigenen Campingplatz, ein kuscheliges King-Size-Bett, eine perfekt ausgestattete Küche und eine Wellness-Oase im Bad. Wenn Stefan Meross, 48, und seine Freundin Eva Luginger, 36, in die Natur fahren, wird so mancher Wohnwagenbesitzer neidisch. Das Luxusgefährt von Dembel ist 12 Meter lang und kostet 1,2 Millionen Euro. Der Entertainer bekommt es als Markenbotschafter kostenlos. Dafür hat er seinen festen Wohnsitz aufgegeben und wohnt nun fest mit Eva in seinem rollenden Zuhause. Sein großes Ziel, erträumt von einem eigenen Campingplatz, wie der Schlagerstar im Interview mit Das Neue verrät. Stefan Meross und Eva Luginger wollen einen eigenen Campingplatz. Was ist das Schönste daran, immer on the road zu sein? Die Freiheit. Wir haben eine tolle Natur vor der Tür und können jederzeit an die schönsten Orte fahren. Wenn auch nur theoretisch. Denn praktisch haben wir zurzeit viel zu viele Auftritte, um groß zu reisen. Aber auch hier sparen wir Zeit, die wir früher auf der Autobahn im Stau standen, um zu Hause die Wäsche zu waschen oder den Rasen zu mähen. Das fällt alles weg. Schlafen Sie auf Campingplätzen oder parken Sie dort, wo es Ihnen gefällt. Es gibt Apps und da schauen wir, wo es einen schönen Platz gibt. Unser großer Traum ist es, irgendwann einen eigenen Campingplatz zu haben. Einen kleinen, vielleicht so mit 40 Stellplätzen. Das können wir uns beide gut vorstellen und darüber reden wir auch schon. Ihr Camper ist zwar groß, dennoch kann man sich nicht wirklich aus dem Weg gehen. Da muss man sich schon sehr lieben, oder? Ja, Eva und ich lieben uns sehr. Und natürlich muss man das als Paar auch wollen, man muss schon sehr ähnlich ticken und dieses freie Leben im Wohnmobil mögen. Wobei ich sagen muss, dass sich zumindest im Sommer sehr viel draußen abspielt, sodass jeder auch mal sein Ding machen kann. Und dann kann man sich nicht mehr auf dem Weg gehen. Untertitelung des ZDF, 2020